jo leute was geht willkommen zurück zu teamesia und wie versprochen werde ich noch die ganzen nebenmissionen hier fertig machen ich würde sagen wir fangen auch an mit dem bäume mehr zerstöre alle zisten das ist wahrscheinlich mit die schlimmste nebenquest weil hier alles so gleich aussieht mit dem bäume mehr deswegen machen wir jetzt als erstes mal bäume mehr das ist das schlimmste von allem und dann mal gucken ob wir in der folge noch zeit haben ganz kurz wieso ist das nicht offen muss jetzt erst mal wieder reinkommen mit der steuerung war die ganze woanders ich bin gar nicht drin stimmt man muss da muss ja hier blocken man muss ja hier block man muss blocken ja ja ich muss kurz reinkommen chillt chillt kurz ich muss kurz wieder reinkommen scheiße okay okay ich komme langsam wieder rein okay 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 bin wieder drin hallo tatia na du wie geht's dir zysten 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 und ich habe zum glück gar keinen plan wo die sind das ist doch gut oder das wäre ja sonst zu einfach also hier scheint eine zu sein ähm hallo da vorne ist sie eins ähm hallo das ist War ich hier noch nicht? Tatei, wie geht's hier? Boah, ich bin komplett in einer anderen Steuerung gerade. Ich bin aber, ups, ich bin komplett in einer anderen Steuerung noch. Okay, hier haben wir einen Stuhl. Man hat halt auch keine Ahnung, wie viele von diesen Tysten es gibt. Mir ist aber so, als wäre ich hier schon gewesen. Aber, das muss nichts heißen, ey. Das ist jetzt schon mal die nächste Ziste. Hier. Noch einer. Die Frage ist ja auch die, wurden die, die ich im letzten Durchlauf schon gemacht hatte, sind die gespeichert? Hier sieht es sehr zystig aus. Ja. 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 Nein. Das war's für heute. Also bestimmt schon 5 Zisten oder so jetzt gemacht, ne? Hier ist noch eine. Recall completed, was heißt das? Heißt das, das war's? Was ist das? Buffliste? Also da stand Recall completed, also ich gehe einfach mal stark davon aus, dass die Nehme jetzt war. Hoffentlich. Dann würde ich jetzt mal zurück gehen zum Biegen, wenn ich einen finde. Hier. Ne, was bist du? Ah ja, okay, gut. Das scheint es wohl dann gewesen zu sein. Geil! Das waren die Zisten. Vielleicht sind die auch immer nur zufällig generiert? Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Es gab auf jeden Fall keine Trophäe, was ein bisschen... Hä? Was ist das denn hier? Mutierter Odor. Odor denkt, dass diese sogenannten Monster größere Macht und Lebenskraft besitzen, als die Menschen es tun. Sie sind die nächste Entwicklungsstufe der menschlichen Evolution. Das ist bestimmt der Aufzug, den ich bisher nicht nehmen konnte. HDR. Was heißt hier denn ausgeschrieben? Nächster Boss? Hä? Anderer Boss? Okay, Leute. Boss? Wer ist das denn? Ach, ist das der... Wer ist das denn? Was? Eklig. Uh. Ja, shit. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Den habe ich aber gar nicht kommen sehen. Der heilt sich voll schnell, habe ich doch gefühlt. Ja, der heilt sich übel schnell wieder. Wie schnell soll ich denn abdrücken, bitte? Okay, den konnte ich nicht blocken, da sollte ich ausreichen. Ah Mann, ich habe gerade gedrückt, nicht heilen. Bitte keine zweite Phase. Bitte keine zweite Phase. Nein, es gibt keine zweite Phase. Geil. Huh, first try. Der war aber auch schwer, das wäre auch unfair gewesen, wenn es da eine zweite Phase gegeben hätte. Ich war gespannt. Herr der Ringer. Ach so. Habe ich noch nicht geguckt. Kann man irgendwie gestern um drei oder so? Okay, Bäume mehr ist jetzt Finish. Ich finde den Rückweg zum königlichen Garten. Okay. Okay. Untergrundlabor. Rückweg zum Garten. Um. Einiglich Level. Einiglich Level. Einiglich Level. Ich bin da, drei zu sein. Also soll ich mal das neu Kane fully nehmen. Ich habe einiges Gefallen und kann mich nicht mehr disappear. Ich bin einigartig. Ich bin einigartiger aber nicht auf. Ich bin einigartiger. Ja, mach mir das nicht mehr für mich. Baut sich doch nicht mehr zu machen. Ich bin einigartiger. Deshalb habe ich noch nicht mehr Zeit. Ich bin einigartiger. Och mann ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung ne, das ist ja unglaublich. Ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung. Ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung. Ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung. Ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung. Ich habe nicht geblokt. Ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung. Wieso hält der sich schon wieder? Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung. Ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung. Ich bin immer noch voll in der falschen Steuerung. Ich bin immer noch doll. Ah! Ah! Mann ey! Ach was! Mann ey! Oh Mann ey! Witze! Ah! Ich hätte voll gerne die Möglichkeit zu springen. Schau den Bogen. Typ den Bogen. Na klar. Ich habe ja die Fähigkeit mit den Bogen. Könnte ich das übernehmen. Ach ficken. Hier geht es gar nicht weiter. Perfekt. Kann ich dann das rein gehen. Oh ja. Ich bin verwirrt. Ich bin villanlos. Oh ja. Oh ja. Ich bin verwirrt durch Flande. Ich bin verwirrt durch Flande. Eigentlich würde ich sagen, ich muss hier weiter. Hier geht es nicht weiter. Hä, wo kommt man denn nochmal her? Überwürdig. Ist das hier komplett falsch? Kann eigentlich nicht sein. Von hier bin ich eben gekommen. Ne, ne, das muss richtig sein. Ich komme nur zu den Dudes. Das muss korrekt hier sein. Das ist unglaublich. Das ist scheiß Bogenschützen. Und dann hier links. Save. Muss ich den Dudes hier vielleicht killen? Ich bin weg. Nein, 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 nein. Die Pfeuers Lass doch auf, ey. Ach, Mann. Das war's. Man muss ihn tatsächlich besiegen. Man muss ihn tatsächlich besiegen. Aber zählt das? Mit zurück in den Garten? Weil da war ja Dead End. Hat das gezählt? Das gegolten? Ja, hat gegolten. Geil. Easy. Das geht ja doch schneller als gedacht. Bezwinge Urt. Befinde Beweise für den Startstreich. Wo ist Urt? Ich habe keine Ahnung. Bezwinge Urt. Boah, keine Ahnung, wo der ist. Jetzt hast du es. Yes. Okay, bezwinge Urt und ich starte hier. Vielleicht geht es ja hier weiter, wo ich letztes Mal nicht weiterkam. Aber es sieht aus, als wäre da so ein Bossraum, ne? Irgendwie. War Urt der Boss? Muss ich den Boss einfach mal bezwingen? Weil hier ist doch das Ende vom Level gewesen, ne? War da hinten nicht... Hä? War hier nicht eigentlich der Boss? Ich finde das Game sehr geil. Das scheiß Bogenschütze nicht, Werner. Ich fesselte es nicht so. Okay. Ja gut, da gibt es ja nichts zu fesseln. Das hast du ja in ein paar Stunden durch. Viel zu fesseln gibt es hier nicht. Die Musik aber kommen, muss ich schon sagen. Die Musik ist schon geil. Bis sie... Ah, diese fucking... Ich krieg die Krise mit den scheiß Bogenschützen. Nicht viel zu fesseln. Ja, ich bin ja immer... Ach man ey. Ich mag das ja, Platin zu sammeln. Oh nein. Und dementsprechend macht mir das dann natürlich blau noch. Und es ist einfach ein Bock schweres Spiel. Und wenn du da einen Boss besiegst, ist es wieder ein geiles Gefühl. Und ich liebe dieses Gefühl. Ich liebe es, einen Boss zu besiegen, der übel schwer ist, und mich dann wie den Größten zu fühlen. Äh, ja. Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Aha, aha. Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Schlüssel zum Wohnbezirk? Schlüssel zum Wohnbezirk? Schlüssel zum Wohnbezirk? Ne. Schlüssel zum Wohnbezirk. Wo ist denn der fucking Wohnbezirk? Wer will denn hier wohnen? In den Ruinen? Ich nicht. Schlüssel zum Wohnbezirk. Wohnbezirk. So, so. Öffnen. Guck mal, hier war ich noch nicht. Aha. Hier ist der Wohnbezirk. Ey, ist das nicht das Anfangsgebiet? Das sieht voll so aus wie das Anfangsgebiet. Oh, mein ich das nur. Mit die Zahlen groß sind ich. Ach so. Ey, das sieht doch voll aus wie ganz am Anfang, Leute. Oder? Aus der ersten Folge. Ja, Mann. Das sieht genauso aus wie in der ersten Folge. Das ist das Gebiet aus der ersten Folge, fühle ich. So was wage ich ja. Wenn, äh. Wie bei Dark Souls, wenn du dann wieder in ein Gebiet kommst, wo du schon längst warst. Ja, ja. Das ist das Startgebiet. So, jetzt müssen wir Beweise finden für den Startstreich und Urt besiegen. Das können wir bestimmt direkt zusammen machen. Ich gehe nochmal kurz hier. War hier noch was? Da ist eine Tür. Von dieser Seite nicht möglich. Okay, wahrscheinlich später Abkürzung. Hier ist auch nichts. Okay. Das wäre mir hier ein paar Ich habe hier den Gegner gegeben Mann, ey, geh doch ran an den scheiß Gegner. Mann, ey, fünf Gegner auf einmal gehabt, da war ein bisschen viel. Kein, kein, äh, scheiße, soll ich mich, ich glaube, ich muss mich auf ein Beacon setzen, weil ich habe nichts zu heilen. Das ist echt scheiße. Was haben wir denn hier schon wieder Neues? Was ist das denn? Peitsche, aber. Okay, der dicke Gegner ist weg, das ist gut. Einmal Gegner. Okay. 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 Das war's. Ah, hier ist die Abkürzung. Yes. 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 Ja, ja, aber das ist doch das, wo wir schon waren. Ja, 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 ja. 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 der sieht aus wie ein normaler mensch oder die das sind die uhr hat so Das war's für mich. Ich save noch eine zweite Form. Sag ich doch. Geil, ich hab mir einfach nur Leben abgezogen. Da kam gerade noch die Heilung durch. Ah Mann, ich wollte gerade heilen. Boah Alter, die ist schwer. Devil May Cry Vibes, ja, schon irgendwie. Schon irgendwie. Die ist schwer. Ja, die ist schwer. Ja. 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 Mann Mann Mann! Mann! Komm! Einfach rauf da, ja. Du musst aber immer, wenn die angreift, muss ich ausweichen. Gute. Mann 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 Die zweite Form ist richtig asozial Die kriegt auch keine Knockbacks Ich versuche mal eine andere Seuchenwaffe Welches Level habe ich hier eigentlich drauf? 3 Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Guck mal, die greift die ganze Zeit an. Ich kann nix machen. Mann, so schnell kann noch keiner drücken. Mann, so schnell kann ich dich drücken. So schnell kann ich dich drücken. Mann, so schnell kann ich dich drücken. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Geht doch. Geht doch. Oh, hat's. Silbertrufäe. Ja, was mit dem Startstreich? Ist endlich die Schule vorbei. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Unfair? Wieso unfair? Der war ja nicht unfair, aber perfekt geführt. So Leute, damit beenden wir auch eben die Folge. Ich will ganz kurz gucken, was fehlt denn jetzt noch? Fehlt der Startstreich noch? Ah, guck mal, Cliffhanger. Startstreich. Startstreich in der letzten Folge. Vielleicht kommt danach sogar noch ein Boss. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, das Video like. Bis zum nächsten Mal mit rein. Bis zum nächsten Mal.